Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich befinde mich heute in Konstanz. Genauer gesagt bin ich hier an der Universität in Konstanz, die liegt etwas oberhalb der Stadt. Und bin jetzt ja hier tatsächlich auf der Suche nach irgendwelchen interessanten Fotomotiven. Weil wir haben Mittagszeit, da bringt es eigentlich gar nichts, irgendwelche Landschaftsfotos zu machen. So entwickle ich mich einfach weiter und suche mir irgendwelche architektonischen Highlights, die hier verbaut worden sind an der Uni. Und hier bin ich schon gleich bei dem ersten coolen Objekt. Hinter mir steht ein steinernes Auto, also das ist wirklich ein Porsche 911er aus purem Stein. Und den will ich jetzt einfangen und begleitet mich beim ersten Fotoobjekt. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Gut zu erkennen ist, der Porsche steht in der prallen Mittagssonne. Und jetzt geht es darum, einen schönen Winkel zu finden, um dieses Auto oder diesen Stein-Porsche aufzunehmen. Und was halt recht hässlich hier ist, ist der Hintergrund. Das steht ja hier in der Parkgarage. Wir haben hier diese Säule, die möchte ich nicht unbedingt aufnehmen. Wir haben hier wieder eine hässliche Säule. Das Dach kann eigentlich auch nichts. Von daher überlege ich mir erstmal, wie mache ich jetzt das Foto. Und was ich ganz gerne mache, ist das Foto von links unten oder rechts unten zu fotografieren. Rechts unten fällt aus, weil ich dann gegen die Sonne fotografiere, ich zeige euch mal. Und wenn ich jetzt von rechts unten fotografiere, ist der Bereich natürlich im Schatten und wird einfach schwarz dann dargestellt. Die Möglichkeit habe ich nicht. Also muss ich von der anderen Seite kommen. So und jetzt ist es so, das macht für mich jetzt hier auch keinen Sinn, mit einem Stativ zu arbeiten, weil ich einfach aus der Hand viel flexibler bin. Hier bewegt sich nichts. Kann ich ganz easy aus der Hand fotografieren und kann mein Stativ stecken lassen. Mein Foto nehme ich jetzt auf mit meinem 16-35mm Objektiv. Das hat die 4er Blende, normale typische Sony Objektiv. Und als Kamera habe ich die Sony A7 III, meine Standardkamera dabei. Ich fotografiere dieses Bild jetzt hier im manuellen Modus. Ja und jetzt taste ich mich ran, den richtigen Winkel zu finden, damit ich diese Säulen so gut wie möglich nicht auf dem Bild drauf habe. Und ich gehe jetzt auch bewusst in eine tiefe Position, weil das Auto da viel mächtiger und wuchtiger für mich aussieht. Und der andere Punkt ist auch das, wenn man ein Auto zum Beispiel auf 16mm fotografiert, sieht es halt einfach bulliger und cooler aus. Aber ich muss einfach sehen, ob das jetzt hier funktioniert. Also 6,3er Blende. Die Belichtungszeit wähle ich jetzt mal auf 1,500. Und hier habe ich ihn eigentlich in einem sehr, sehr schönen Winkel aufgenommen. Zack. Bilde schon im Kasten. Und jetzt auch einmal noch auf 16mm, damit ihr den Unterschied seht, ob das Auto dann tatsächlich bulliger erscheint oder nicht. Ich schaue auch, dass mein Foto schon beim Fotografieren einigermaßen in der Waage ist, dass ich da nicht mehr so viel korrigieren muss. Ja, und die Sonne wandert jetzt natürlich in die Richtung. Der Schatten wird immer weiter vorziehen und das Foto immer schwieriger erscheinen lassen. Also wenn ihr dieses Bild von dem Porsche hier am Parkhaus der Uni machen wollt, kommt am besten in den frühen Morgenstunden her. Da ist die Sonne ungefähr da. Da wird er schön optimal angeleuchtet mit weichem Licht. Nicht wie ich jetzt um halb zwölf Uhr mittags mit dem prallsten Licht. Gut, jetzt gehen wir mal weiter. Vielleicht finde ich ja noch einen coolen Spot. Von dem Parkhaus, dem steinenden Porsche, bin ich diesen kurzen Weg mit dem Onewheel über diese kleinen Wege runtergefahren und stehe jetzt vor dem Haupteingang der Uni. Hier befindet sich im Hintergrund ein Kunstwerk, sagen wir es mal so, aus blauen Röhren, welches inmitten von einem kleinen Endenteich steht. Das könnte ein cooles Motiv sein. Da gehe ich jetzt hin und schaue mir mal die Sache an, wie man da ein Foto gestalten kann. Wasser ist eigentlich immer cool. Ich suche jetzt eigentlich wirklich auch erstmal nach Symmetrien irgendwie. Weil sonst wäre es einfach die Sicht, bam. Aber ich finde, das macht jetzt so nichts her. Also, ich fahre mal vor. Ja, und auch bei diesem Motiv gibt es jetzt wahrscheinlich unzählige Winkel und Kamerapositionen. Aber ich entscheide mich jetzt wirklich für die Symmetrien, für die führenden Linien und habe auch diesen Steinsteg hier ausfindig gemacht, der direkt auf die Mitte dieses Objektes zuläuft. Ich bin es ja gewohnt, am Steg auch Fotos zu machen. Und deswegen kommt mir das jetzt zugute für mein Foto, so wie ich mir das vorstelle. Und setze jetzt diese Steinplatten, die auf diese blauen Röhren zulaufen, direkt in die Mitte und versuche, die äußersten Kanten der Steinplatten auch links und rechts unten in das Bild reinlaufen zu lassen. So ergibt es für mich Sinn und sieht nach was Besonderem aus. Im Gegensatz könnte man uns einfach auch hier zack so fotografieren. Aber weil wenn ich jetzt die Kamera aus Brusthöhe da drauf richten würde, würden diese Steinplatten nicht in meine, ja, links und rechts in meine Ecken reinlaufen. Ich zeige es euch mal kurz, was ich damit meine. Ich bin jetzt hier auf 35 mm und ja, wenn ich diese Steinplatten irgendwie in die Ecken zaubern möchte, muss ich tatsächlich ganz, 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 ganz nach unten gehen. Und dann habe ich eigentlich eine Chance, das Bild dann so quasi aufzunehmen. Und an dieser Stelle habe ich jetzt auch schon mal meine andere Fotokamera platziert. Und so fotografiere ich jetzt auch hier im manuellen Modus auf einer 8er Blende. Ich werde jetzt auch eine Auslöseverzögerung an der Kamera wählen von 2, 3 Sekunden, damit ich einfach nicht verwackele, wenn ich drauf drücke. Das mache ich jetzt noch schnell. Fokussieren tue ich natürlich auch auf die Bildmitte. Mach das Foto, sag es im Kasten. Nächstes Bild erledigt. Das Bild ist jetzt im Kasten. Ich bin mir sicher, es ist ein interessantes Motiv, nicht so alltäglich. Und jetzt schaue ich mal hoch zur Uni. Vielleicht finde ich da ja noch irgendwas. Obwohl ich den Unibetrieb und die Studenten, die ja hart studieren, nicht unbedingt stören möchte. Und jetzt schauen wir, wir sehen uns denn auch im Kasten. Wir Stundenlbau, deryoubrei! Wir werden Chaot! Wir können hier sagen, ja wir gehen unter为 0,519 Uhr aufpassen. Wir sind drinnen. Ich bin wir, wir können im Kasten und das succeed. Wir können hier auch Molly vorbehalts-D学enanders Sun Z. Wir können hier ja noch nicht zeigen. Es ist nun fleisch depressiviert! Es ist noch eine kleine trips. Wir können hier sehen, uns da wohl auch ein paar Tage. So, jetzt mal schauen, ob es im Hochkant was wird. Okay. Ich möchte auf jeden Fall diese schönen Rundungen mit ins Bild reinbringen, weil es dann einfach viel interessanter aussieht, als wenn ich jetzt nur diesen Covid-19-Boller fotografiere. Also Vordergrund ist wichtig, Motiv und Hintergrund ist auch sehr, sehr interessant hier. Vor allem diese Transitions hier überall sind wunderbar. Hier könnte ich mir auch sehr gut ein Foto mit einem BMX-Sportler vorstellen, der diese Rundungen ausnutzt und hier mit dem BMX-Rad Sprünge aus diesen Rampen, sage ich mal, raus macht. Also das wäre ein geiler Fototuch, könnte mir echt vorstellen. Hier kann man sich tatsächlich schön spielen und möchte einige sehr interessante Motive aufnehmen. Die Möglichkeiten hier an der Universität Architekturfotos zu machen sind unendlich. Ich würde euch empfehlen, nicht zur Mittagszeit herzukommen, sondern eher in den Abendstunden. Da habt ihr einfach das schönere Licht und ja, könnt euch hier echt austoben. Da habe ich diese schöne Schattenspiele von dem Geländer auf den Steinen und das macht das Bild für mich auch ein bisschen besonders. Ich gehe jetzt nochmal davor auf diesen Aussichtspunkt, hier auf den höchsten Punkt der Uni, um mal auf den Bodensee noch einen Blick zu werfen. Ich verabschiede mich mit diesen Bildern von der Universität in Konstanz, euer Sigi. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Like da oder abonniert meinen Kanal. Bye, bye und ciao. Ich mache jetzt einmal den Steady Shot an, weil ich einfach ultra nah ran will. Das ist der Wahnsinn, wie mit Nahmann dran kommt, mit dem 180er. Das ist der Wahnsinn.